Besser? Oh, I'm sorry! Special Guest bei mir einmal, den Barbaros und Mrs. Johnson Der hat mich Johnson zu nennen! Servus Leute, was geht und willkommen bei einem neuen Video! Ja Freunde, meine Stimme ist ein bisschen weg und ich habe mir überlegt, wir machen heute für euch die Ja, Nein, Nicht-Vielleicht-Challenge Habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen bei so einem kleineren YouTuber, der unsympathisch ist und wir haben uns gedacht, machen wir die mal heute! Na, zu Gast habe ich einmal hier den Barbaros und Mrs. Johnson Was geht ab? Und hier die Saale mit Vala! Auf einer Zähne, Mann! Ich bin hier gekommen! Ah, was ist das? Der Junge hat doch mal eine Presse! Und ja, ich würde sagen, wir machen Schnapp-Schnapp-Schnapp und wer anfängt! Let's do it! Schnapp-Schnapp-Schnapp! Wie ist das? Haha! Oh! Schalt dich mal vor! Alles klar, Digga! Reicht! Ja Leute, wenn einige nicht wissen, wie diese Challenge funktioniert, dann schaut doch mal bei Sascha vorbei, links unten in der Videobeschreibung da könnt ihr euch dein Video anschauen und dann checkt ihr schon wie es geht aber allein schon wenn ihr zuguckt, dann checkt ihr es! Scheiße, ich soll euch das nicht vorstellen! Nein! Die ganze Zeit so und du fragst mich Fragen, oder? Ja, dann ziehst du doch! So Barbaros, wie geht's dir? Ganz gut! Ja? Ja! Schon am Anfang, Alter! Ey, das ist voll schwer, Mann! So am Anfang! Der hat doch verloren, der nächste! Ja, der hat verloren! Scheiße! Salome, was hast du gestern gemacht? Und dann? Gefeiert! Was ging danach? Schlaf! Ehrlich? Denk schon! Ich bin alt! Ich hab keine Ahnung! Siehst du, ich würdest Fragen aufstellen! Und du hast auch am Zahn! Ja, Blut! Salome, wie alt bist du? 22! Wie alt? 22! Ja! Wie gesagt, 22! Wann bist du 23? Im Dezember! Wann hast du Geburtstag? 14.12. In welchem Jahr? 94! Nicht 94? 94! 98? 94! Was hast du noch heute vor? Keine Ahnung! Weiß es noch nicht! Aber ist das ja eine Scheiße! Ich hab nicht gesagt! Die merken selber nicht weiter! Bist du ready? Ja! Hat es heute geregnet? Komm, ich bin schlecht! Eigentlich hab ich schon direkt verloren! Bist du leid? Ich hab ja gesagt! Aber egal! Hat es heute geregnet? Du musst schneller antworten! Ich schwörst dir erst mal! Ich schwörst dir erst mal! Du hast schon verloren! Ja, okay! Geh noch mal! Hat es stark geregnet? Keine Ahnung! Mit was sind wir hierher gefahren? Mit Auto! Mit Auto? Ja! Ja! Ich bin gestorben! Ja! Hast du die Wand gestrichen hier? Hä? Hast du die Wand gestrichen? Nein! Boah, bin ich schlecht! Boah, bin ich schlecht! Ich bin gestorben! Ich bin gestorben! Da spiel ich scheiße! Da spiel ich scheiße, Mann! Wir waren zur Seite! Wohin gehen wir heute? Unternehmen wir was? Bitte? Unternehmen wir was? Keine Ahnung! Denkst du? Keine Ahnung! Was willst du heute machen? Ist mir egal! Hast du Lust drauf? Auf was? Shisha! Keine Ahnung! Keine Ahnung! Was haben wir für einen Tag heute? Keine Ahnung! Wirklich? Ah, Sonntag! 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 Wieso? Ey, die merken ja selber nicht mein Löffel! Ich hab ja selber nicht so zufriedig! Ich hör dieses Löffel! Ja, ich hör das gerade! Ich hör das gerade! Bist du tätowiert? Ja, nicht mit so! Was siehst du da? Was hast du so tätowiert? Eine Blume und ein Santa! Ist das von einem Film? Kann sein! Weißt du das nicht? Ich bin mir nicht sicher! Nicht sicher! Nicht sicher! Okay! Nicht sicher! Beiseite, Junge! Aber nicht sicher ist doch nicht! Nee! Das ist auch schlecht! Ich hör das nicht! Ich hör das nicht! Ich hör das nicht! Ich hör das nicht! Nein! Ich hör das nicht! Wie viele verschiedene Uhr bist du heute aufgestanden? Zwölf! Hast du das geschlafen? Was? Ich hab noch nichts! Du hast ja weniger gesagt! Eher weniger hab ich gesagt. Du hast ja weniger gesagt. Was hab ich gesagt? Du hast ja und du hast weniger dazugemacht. Ich hab eher weniger gesagt. Weißt du was? Eher weniger? Nein, erzähl mal. Eher weniger? Was hast du gesagt? Eher. Nicht ja? Eher? Warte, ich bin jetzt einfach... Ich hab eher gesagt. Nicht ja? Eher. Nein! Ich fück den jetzt. Ich fück den jetzt. Ist das eine Badehose? Siehst du? Nee, seh ich nicht. Na komm her. So eifelig. Welche Farbe hat die? Wo? Ist das deine Lieblingsfarbe? Ist blau deine Lieblingsfarbe? Nee, nix hier. Der redet nicht mal. Was ist das? Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Geh mal aus. Geh mal aus. Leute, Leute, Leute. Warte mal. Warte mal. Wir haben hier grad zwei Stunden die Nutzsuchung. Sollen wir das vielleicht zum Arbeiten? Nee, geh mal. Geh mal, geh mal. Ja. Warte, was darf man nicht sagen? Ja, nein, nicht vielleicht. Ja, nein. Findest du, du bist ein Fashionkiller? Bin ich. Ja, die Moodie interessiert dich? Ja. Oh nein. Null. Ja. Ja, du hast dein Moodie ausleicht. Was ist das? Was ist das? Na, ich muss erstmal reinkommen. Ja, 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 ja. 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 Eine Chance. Eine Chance. Okay, eine Chance. Okay. Okay. Hast du deine Haare abgeschnitten? Guckt auch. Ulrich trägst du auch gern. Sehr gern. Hast du noch Freunde? Vielleicht ist es auch nicht. 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 Alter, schlecht. Wurte halt über uns, aber kann es selber nicht machen. Leute, ich schaffe es jetzt. Ich schaffe es jetzt. Jetzt schaffe ich es über eine Runde. Okay. Hattest du früher Bart? Hab ich nicht. Dann gucken wir es mal. Ich schaffe es jetzt. Schöne dich. Schöne dich. Schöne dich! Ich bedrohe mir. Geh mal zur Seite da. Das kriegst du nicht hin, Alter. Wie schlecht dich nicht. Geh mal zur Seite da. Du kannst nicht mehr dran, ist mir aber auch egal. Bist du Rich Ass? Steht auf deinem Montage. Bin ich. Bist du? Bin ich. Ich muss überlegen. Warum? Frag eigentlich nur ich. Frag auch mal. Du willst hier gar nicht reden, du lässt uns ja nicht. Ja, rede auf. Was machst du heute? Shisha. Was hast du gestern gegessen? Welche Shisha haben wir gestern geraucht? Nemchil. Hat es geschmeckt? Super. Super? Einwandfrei. Kann ich nicht beklagen. Kannst dich nicht beklagen. Ich kann mich nicht beklagen. Nicht beklagen, also rauchen. Mann! Weißt du, was ich gerade verstehe? Die unterhalten mich jedes Mal. So, jetzt auf, ne? Ahhhh. Schliessor-Franc? Denk ich. Denk schon. Warum bist du so? Was? Was machst du da? Einfach geputzt, Alter. Irgendwie brauch ich Spaß. Wo holst du? Nee, ich wollte... Ich glaub, ich sag nee. Zu dumm. Hä? Was kennst du eigentlich? Was? 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 Ich sag 50 Mal lange nicht nur, sie merkt gar nichts. So der Profi ist wieder mal am Spiel. Warum, du gehst auf uns zu spielen? Ich geh nicht. Oh mein Gott. Das ist echt schwer. Was? Was? Was ist das? Was? Das geht doch nicht! Das geht doch nicht! Das geht doch nicht! Der ist so schlecht! Ich werde jetzt eine Runde spüren. Eine Runde sofort beim ersten Mal rauf. Warte, lass mich konzentrieren, okay? Ich wollte es ruhig zu konzentrieren. Ich wollte es ruhig anbrennen, weil ich es nicht lasse. Ich schaue mich schon abgeschaut. Arbeitst du in der Shishawa? Arbeit ich. Ja, wie arbeitest du? Arbeitst du in der Shishawa oder nein? Ich arbeite. Wie hast du gedacht? Ich arbeite da. Nein, nein, stimmt schon. Lass den Arm mal sein. Einen Triumph mal. Guck mal, guck mal. Was hab ich denn? Hab ich? Ja. Nein. Ich kann das verantworten. Was soll ich dazu sagen? Ja Leute, wir hoffen, die erste Runde von Ja, nein nicht. Vielleicht hat es euch gefallen und der Junge ist so schlecht, Leute. Ich bin Profi. Ich bin Profi. Leute, wir haben uns auf seinem Kanal einen zweiten Teil gedreht. Wieder mit uns dreien und er hat sich den Kanal jetzt eröffnet. Freunde, geht alle rüber. Lasst ein Abo da und guckt euch den zweiten Teil an. Der ist auch so witzig geworden. Vor allem, weil er so schlecht ist. Ich bin ruhig, ich hab gewonnen. Und auf Salomis Kanal kommt ein dritter Teil. Auch noch Freunde, könnt ihr euch dann auch gönnen. Und abonniert mich. Wir sehen uns Leute. Macht's gut und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssüss. W